hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von cooler world endlich mit anständigem doch ja jetzt kann man mich auch hören haben wir das nicht schon gemacht das hatten wir doch schon mal fast am weg den müssen wir anhaben so die müssen wir jetzt hier ich glaube du hast recht den haben wir schon gehabt ne der ist so ähnlich ja der ist so ähnlich jetzt muss er aber aufpassen ja das sieht gut aus ja jetzt schaffen wir es ich bin voll elektrisiert pünktchen sammeln scheiß auf die pünktchen doch jetzt habe ich da nicht gesehen ich habe jetzt gar keine pünktchen sammeln die nach hause ja mache ich jetzt andersrum so warte den gelben muss an der haupt aus sagt ja wunderbar die andersrum so dahin müssen wir ja alle ab und blumms rollen so fällig so jetzt müssen wir das hat jetzt echt lange dauert ne ja weil du so ein blödsinn gemacht hast ja klar guck mich nicht so strafend an oh kakka doch doch tukatukka so jetzt takatukka takatukka land ja wir fahren jetzt mal warte das passt das rein 1 zurück ne ich bin sicher ja dann machen wir boah was dunkel fast dass du nicht auf mich gehört hast ja gut ne total super hä ja da wo das offen ist oder ja das geht nicht da komme ich ja gar nicht hin was und davon aus kannst du springen na aber du hast ja gemerkt ne ja ich mache was sie du will schwupp und dann könnte ich eigentlich auf den rand springen ne so und dann hier rum fahren aber da ist kein schlüssel ja der ist ja auf der anderen seite hab ich was gesagt nein hast du ja nicht gesagt ich hab ja auch nichts zu sagen richtig 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 so fertig schlüssel ein schlüssel 2 nix nix da schlüssel nix 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 wie ich auch wieder das passt man nicht schweizendet wird jetzt auch nicht unbedingt geblieben müssen von hier ja und dennoch ja fast so gewonnen mann wackel an hallo so jetzt kommt die Stimmte ist ein ganz tolles du machst doch so wunderbar gerne Bonus Wenn die leuchten, dann sind die an. Schätzlein. Siehste, macht bling bling ganz an. Der ist aus dahinten. Der ist wahrscheinlich ein andersfarbiger, ein gelber. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Auf die andere Seite, ne? Da sind auch wieder welche zum Wegbrechen. Ich glaube, ich breche ab. Das war scheiße. Was war das? Das war scheiße. Ja, gut, so könnte man das auch nennen. In meinen Worten, ne? Das war scheiße. Ja, das ist ein Backgewiesen. Mach noch mal. Von der Schmuck Back. Das muss doch funktionieren, oder nicht? Das muss doch funktionieren, oder nicht? Das funktioniert auch. Ja, ne? Das Spiel muss nur auch kapieren, dass das funktionieren, weißt du? Ja, ja, ja. Ja. Jetzt funktioniert der Deckel. Jetzt funktioniert der Deckel. Das kommt schon immer am Frust schon dran. Das ist nicht schlimm. Ach, du willst kein Frust. Nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Du musst nicht aufpassen. Wusch. Wusch. Guck mal. Ein Nützel. Ein Nützel. Ein Nützel. Ist ja nur einer. Wo ist denn das Exit? Ach, da hinten? Nee, ist das ein Ersatz Exit? Ja, Tatsachen. Wow, wir haben es geschafft! Gewinne, 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 gewinne. Meine Damen und Herren, treten Sie ja. Wer das los gewinnt nicht. Wusch. Mhm. Mhm. Hupfen. Schwupp. Ja. Dann musst du noch einen. Ach du Schöndalien. Einfach. Ich glaube, da muss der Wolf zu sein. Ich bin lustig hier nicht mit... Äh, da darfst du auch nicht hinzu hin. Ich bin gar nicht. Der Wolf war da stehen. Der Wolf war da stehen. Das ist ein Scheiß, ey. Wie ist die Zeit rum mit? Lalalala. Hm. Lalalala. 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 So, wir müssen noch hier runter. Ach, armes kleine Sofischchen. Ja, ist ja auch wieder voll gemein. Ich setze alle Böse zu dir. Ja, aber das geht nur gar nicht. Hm? Hm? Okay. So, wir müssen irgendwie... Ach guck mal, da auf der Kuppe da auf der Ecke ist auch noch ein blauer. Wo? Siehst du wohl? Wenn du da rüberspringst? Da. Oh. Ja, ich sehe ihn. Hm. Da vorne habe ich auch noch ein blauer. Äh. Die haben sich da schon was beigedacht anscheinend. Bist du verrückt. Und? Warte. Wie ist grün? Und? Das bringt mir gar nichts. Ja. Den brauchst du aber, den grünen. Ja, genau. Den brauchst du aber. Ja, genau. Wie soll denn das gehen? Das geht nicht. Warte mal. Das ist aber merkwürdig. Kann drüber springen? Nee. Kannst du über den Laser drüber springen? Über welchen? Wenn du jetzt den blauen anmachst? Nein. Und der wird aus. Auf den blauen. Und wenn du kannst da rüberspringen auf den grünen? Und von da aus dann? Achso, nee. Wenn der angeht, dann erwischt er dich. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Oh. Das geht auch nicht. Okay. Wie soll denn das gehen? Hallo? Denken, denken, denken. Denken ist nicht gut. Nee? Nee. Muss man bei dem Spiegel das Gehirn ausschalten? Ja, manchmal glaube ich schon. Wupp. So, dann hätten wir beide Schlüssel. Aber ich denke mal, dass wir nicht so gut sind. Nicht. Oh, das ist ja voll gemein, ey. Hm. Du denkst, dass wir was nicht? Wir sind auf dem Fall. Doch, wir müssen irgendwie hier rüber. Auf dem falschen Pferdach. Da ist auch ein Pfeil. Da ist auch ein Pfeil. Da kommst du nur bis zur Mitte. Was ist los? Alter. Geh mal auf die andere Seite. Dich da irgendwie fallen lassen. Nee, das geht auch nicht. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Grüne. So, jetzt gehst zurück. Mach den blauen an. Nein. Oh, fuck you. Nee. Nee. Das geht auch nicht. Wie soll denn das gehen? Ich verstehe das nicht. Warte mal, vielleicht sind wir auch auf dem falschen Weg. Ja, da habe ich auch noch mal. Da hängt mich auch ein grüner, ne? Nee, das ist dieser Teleporter. Das ist dieser Teleporter, wo du dann rein kannst, um ins Exit zu kommen. So ein Kack tritt hier. Hm, das würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Da auf den. Genau. So jetzt, ne? Du. Ding, dong. Du, 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 du. Kubo schafft das. Kubo schafft das. Nee, schafft das nicht. Ich überlege die ganze Zeit, wie das gehen sollte. Warte mal. Hier sind ja zwei Stück. Ja, warte, 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 warte. Wenn wir jetzt auf den grünen in die Mitte, dann gehen die äußeren an, ja? Wenn du auf den grünen da hinten, dann gehen die doch auch an, oder nicht? Dann hast du nur das Glück, dass du... Wenn ich auf den grünen gehe, dann gehen alle an. Es gehen alle an. Ja, das ist egal, welcher grünen. Hm. Oh, Knoss. So siehst du. Hier ist aber dann nur einer. Ja, ja. Oh, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich bring doch. Blöder Ball. Oh nein. Nichts leichter als das. Aus. Aus. Du musst dir aber irgendwie was anlassen. Ich muss mir einen anlassen. Ja, genau. Aber welchen? Das weiß ich noch nicht. Den gelben würde ich einfach mal nehmen, oder? Ich habe keine Ahnung. Im Grunde genommen ist das glaube ich Schnuppe. Nee, das ist nicht Schnuppe. Da erkennst du jetzt schon ein System drin, ja? Ja, wo ich hinspringen kann. Und hier komme ich nirgendwo dran. Aber in dem gelben komme ich dran. Ja, mach. Da komme ich aber nicht mehr jetzt dran. Mhm. Schlau gedacht, der Kommissar. Was denn das für ein Scheißspiel? Cooler World. Ist total uncool. Was denn die gehen jetzt alle wieder an? Ich weiß, wie wir das machen. Wir machen jetzt den... Den roten aus. Warte, den grünen lassen wir an. Den roten und den gelben lassen wir auch an. Den roten und den blauen machen aus. Okay. So, dann gehe ich hier runter. Warte mal. Verfehlst du den? Hä? Verfehlst du den? Nein, den treffe ich. Jut, jut. Und dann kann ich auf den blauen gehen. Mhm. Und dann kann ich auf den grünen gehen. Und dann kann ich auf den grünen gehen. Wenn dein Böllöcken will, ne? Jetzt kannst du eine Frötel einsammeln. die die jetzt muss und ja das passt ja 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 nein das die Teilhaut sie sich hier und nennen vor allem hat er in der Ich bin auf das Gelb angelassen und Grün, ne, nur Grün, ne, ich bin auf den Gelben gesprungen. Nein. Ich bin auf den Gelben gesprungen. Ja. So. Hopps. Und dann kann ich auf den Blauen schwingen. Und dann kann ich auf den Grün schwingen. Dann kann ich hier hochgehen, fixe auf das Lützlein, Dombly. Und dann gehen wir erstmal hier hin. Ja. So. Hopps. Tataaa. Ja. Nix mit Time Out. Du schaffst jetzt, ne? Oh, wir können speichern. Und damit beenden wir auch die Folge für heute. Ja, das war genug. Anstrengung, Stress. Oh Mann. Wir müssen jetzt erstmal chillen. Ja. Okay, ich hoffe wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja. Wir chillen jetzt mal unsere Base. Jo. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.